Hey Leute, willkommen zurück bei Resident Evil 6 mit Kati und ihrer Knarre. Ja, sieht ziemlich toll aus. So, in der letzten Folge haben wir Liz gefunden. Was machen die denn da? Pfui! Das ist Video wieder ab 18. Guck doch, der Mund ist eindeutig in einer angenehmen Position geöffnet. Ist ja geil, mein roter Pump verschwindet. Musst du mal machen, du musst mir den roten Punkt da reinhalten, der verschwindet im Mund. Nimm den Punkt in den Mund. Schluck ihn runter. Oh Mann, damit haben wir die Folien von dem Typen auch. Komm, wir hauen ab. Ihr habt's heute Reden noch. Okay. Lauf mit deiner Tochter. Lauf mit deiner infizierten Zombie-Tochter, bitte. Ja, echt. Wieso ist das jetzt schon wieder im Weg? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben die Zombies es umgedingst. Oh oh. Warum waren? Wir sind immer noch hier. Naja, der rechnet uns schon ab. Der weiß schon, dass seine Tochter uns töten wird. Oder er. Oder die anderen Zombies, die er kommt da. Oder beide zusammen. Dann sind die Pfalle lockt. So, jetzt sollen wir in den Aufzug rein. Da ist ja klar, was passiert, oder? Das ändert jedenfalls nicht gut. Richtig. Das wird alles gut sein, Lizzie. Oh oh. You're going to be okay. Dad. Wir sind almost da. Look. Liz? Was ist das? Oh mein Gott! Patrick! Was ist Willen? Boah, ich muss da ein Action-Event machen! Oh Gott! Oh nein, 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 ich, ich will nicht, ich will nicht! Oh Gott! Oh Gott, du hast sie getötet. Dankeschön. Sicher? Ich hab sie getötet. Okay. Oh mein Gott. Oh, es geht ja schon wieder gleich mit Action-Events los. Ah, Quicktime-Events für die Wien. Die Arme, ey. Ich kann es nicht glauben. Wir werden es nicht genutzt. Es sind sie oder sie. Und sie werden nicht erwischt. Warum hat das zu passieren? Eigentlich schon. Aber... Jetzt darf ich wieder nicht mehr machen. What? Patrick! Patrick! Oh! No! Oh Gott! Schön daneben gefallert erst mal. Gott, ich will ja, ich auch. Auf mein allerfeinster Güte aber. Was? Waffe bereit machen, schießen. Ach so. Was ist passiert? Fack mich nicht! Komm schon, stirb. Wieso... Okay. Wir leben noch. Ja, genau. Lock alle an. Zieh die Aufmerksamkeit an uns. Ich hab gar nicht verstanden, warum ich auf... Was ist... Hä? Wir sind fast dem Tode nah. Ja, die haben mich aber gar nicht getroffen, glaube ich. Ah. Bei E geht das Inventar auf. Bei E? Genau. Shit, bei mir nicht. Nein. Ah, bei R, bei mir. Okay. Meinst du, wir brauchen Erste-Hilfe-Spray? Ich kann das irgendwie nicht einschätzen. Ach, ich würd schon sagen, oder? Okay. Hat jetzt jeder eins, oder was? Kann ich das dann nehmen? Ja, aber wie kann ich das nehmen, ist die andere Frage. Also bei mir ist mein Dingsrot angezeigt. Hä? Frage, wie kann ich das Ding denn nehmen? Ich bin grad irgendwie ein bisschen verwirrt. Keine Ahnung. Gegenstandsslot bestätigen. Okay. Halt, warte mal. Nee, der will das jetzt wegwerfen. Ich kann das nur wegwerfen. Ja, deswegen. Nee, keine Ahnung. Dann lass uns erst mal weitergehen, oder? Ich würde sagen. Meine ganze Sicht ist jetzt aber auch verschwommen. Ja, und bei mir hält sie sich total schön... Aber ich wurde eigentlich echt nicht getroffen. Das ist bestimmt gescriptet, ganz ehrlich. Wer weiß. Oder wir sind einfach nur schlecht. Oder du bist einfach nur schlecht. Ich glaub, der zielt teilweise so ein bisschen automatisch. Ich weiß, ich versteh das auch nicht so ganz mit dem Ziel. Nee, bei mir nicht. Hast du nicht auch das Gefühl, dass der Punkt dann teilweise so ein bisschen... Ziel mal da hinten auf die, dann bewegt sich mein Punkt so hin und her. Nee, meiner nicht. Muss ich mal in den Einschauen nachher schauen. Ey, shit. Oh verdammt. Tschüss. Oh nein, sie wollen... Wollen wir sie ja ledigen, oder? Lassen. Wir können versuchen erst mal vorbeizugehen, sonst aber du blockst mich grad. Oh Gott, ich muss sie töten. Ich hab auch grad keine Mutti mehr, ne? Oh Gott. Perfekt. Feierlich. Böse viele... Böse Monster. Gott, ey. Ich muss... Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt. Wo bist du denn jetzt hingegangen? Hier hinten. Steh ich. Okay. Ich guck mich grad hier oben, ob ich irgendwie Muni oder so... Okay, klar. Komm mal zu dir jetzt. Da sollten wir doch nicht hin. Da sind ein paar böse Zombies. Also wir müssen hier nach rechts auf jeden Fall. Ja. Aber vielleicht gibt's ja noch irgendwie was... Ah, okay. Jetzt kommt ihr die Szene. That's our cue to get the hell out of here. I couldn't agree more. Okay. Ja, ich find auch, dass du recht hast. Hier, hier rechts. Okay, dann raus. Weg. Einfach mal weg, bitte. Ah, muss ich gleich echt mal schauen, weil Auto M ist doof. Das macht keinen Spaß. Ah, das stimmt. Und ich hab's dadurch anstrengender. Ja, aber ich hab das auch eigentlich nicht eingestellt, also... Hä? Äh, hinter euch. Ach du Scheiße. Lauft. Boah, lauf doch weg, Mann. Ah, krass, dass die's nicht gehört haben, ne? Dass Zombies hinter denen kommen. Ja. Vor allem dann so zu sterben, während man grad irgendwie versucht, um Hilfe zu rufen. Ja. Ja. Die Armen. Schlangenabzeichen. Steht hier, die Familie hat überall auf der Welt Schlangenabzeichen hinterlegt. Entkommen sie vom Geländer. So, guck mal, hier liegt ein Muni. Ja. Nimm mal ruhig, dann. Hab schon. Okay, nehm ich auch noch mal. Ja. Ja, ich glaube, es ist für uns wirklich getrennt. Du kannst immer nehmen, ich immer nehmen. Ach, okay. Okay, warte, aber kann ich dann mal ganz schnell, wenn wir jetzt hier grad sicher stehen, in den Einstellungen gucken? Weil das ist doof sonst. Ja, klar. Steuerungseinstellung wahrscheinlich, oder? Ich beschütze dich. Vor. Zielhilfe. Was? Legen sie das Punktvisier als Zielhilfe fest, oder? Sieht so geil aus, wie du dann mit dem Handy rummachst. Hast du das Laser oder das Punktvisier aktiviert? Punkt, glaub ich. Ja, okay, das hatte ich aber auch. Na komm, gucken wir nach. Okay, dann lass her. Guck ich nachher. Okay, ja. Ist nur doof hier irgendwie halt. Ähm, die Munition wird jetzt aber nicht so farblich markiert wie bei Resident Evil 5, glaube ich, wa? Mhm, 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 gar nicht. Da müssen wir echt aufpassen, dass wir die nicht verpassen. Wir müssen uns richtig gut umgucken jetzt immer. Ja. Nicht, dass wir dann nachher zu wenig Muni haben, weil die sind nämlich schon echt hart bisher. Ja, gut, wir spielen auch auf schwer. Ja, okay. Aber dann, warum ist es so kalt? Oh Gott, ich krieg jetzt schon voll Angst. Hallo? Ja, momentan. Ähm, Nebel, der irgendwie Leute infiziert ist. Ey, mach doch nicht so viel Aufmerksamkeit an. Sorry. Hallo? Ich versuch hier grad meine Angst zu besänftigen. Der Nebel hat doch keine Ohren. Ne, aber die Zombies, Mann. Guck mal, da unten wollen wir ein bisschen Tennis spielen gehen. Wo denn? Oder Fußball oder was auch immer. Da unten auf dem Platz. Stimmt. Ne, ich glaub Tennis, ja. Tennis hab ich erst, glaub ich, ein oder zwei Mal gespielt. So, warte mal hier hinten. Ach ne, das war nur ne normale Pflanze, okay. Oh, oh, guck mal. Ne Magic Pflanze. Ja, ja. Die man rauchen kann, ne? Okay. Und, äh. Okay. Oh, da will ich nicht durch. Aber ich glaub, da müssen wir durch. Da links war ja nichts, ne. Leon. Leon. Wieso ist meine Taschenlampe jetzt eigentlich schon wieder weg? Oder hab ich die nur auf, wenn ich meine Pistole nehme? Ne, ich hab jetzt keine Taschenlampe mehr. Sorry. Ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil es hell genug ist. Oh, das ist ja hier voll die Falle. Ich find's aber nicht hell genug. Das ist ja hier voll die Falle. Ganz ehrlich. Das ist ein Hörsaal, wa? Ja. Sieht voll nach Falle aus. Ich guck mal an den Rändern, ob's noch ist. Pfff. Das warst du. Entschuldigung. Oh. Sorry. I didn't mean to do that. So. Okay. Den einen hab ich getötet. Ah, hier ist... Okay. Warte, ich komm mal jetzt zu dir. Bei dem anderen Runtergang ist auf jeden Fall Dingens. Beim anderen Runtergang ist ne Magic Mushroom Pflanze. Yay. Okay, hier ist nichts mehr. Ne. Okay, dann lass uns mal nochmal zum anderen hin. Also ich hab beide Zombies brav getötet. Sehr gut. Moment. Und hier liegt Moni. Moment. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Da ist einer noch. Alter, der ist so viel Spaß. Ich hab euch aus. Äh, ich... Erstech ihn mal einfach. Äh, guck mal, der löst sich auf. Strange, oder? Und Fähigkeitenpunkte. Hä? Benutzen sie Fähigkeitspunkte, um Fähigkeiten zu kaufen. Okay. 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 Fähigkeiten, okay. Weiß ich auch nicht, was das sein soll. Also hier ist auf jeden Fall ne Pflanze. Aha, hab ich. Oben war nichts mehr? Jetzt hat die wieder wirklich jeder gekriegt von uns. Ja. Okay. Oben war nichts mehr auf der anderen Seite? Ne, da war nichts mehr. Okay. Gut. Okay, das sieht uns aus, ob wir alles hätten. Ich, äh, geh mal kurz hier rauf. Bin ich toll? Heil König Grant! Der Hörsaal, äh, Macho, Macker, King. So. Ich mit dem guten alten Messer, ey. Und ich hab ne Shotgun, find ich richtig geil. Wobei ich so ein Messer auch ganz gut find. Ja, da bist du halt nicht. Oh, guck mal, hier kann ich rausschauen. Oh ja, schau mal, die Stadt richtig zerfetzt. Was ist da rechts so? War das mal ein Konzertding, oder wird? Ja, es sieht irgendwie so aus, oder so? Hier ist noch Kirmes. Die sind noch in der Zeit zurückgeblieben. Okay. Stell dir vor, wir haben ne Zeitreise gemacht. Ich will in Dr. Pepper. In Zombieland. Ja, genau. Zombieland. Hä, Sackgasse? Ne, ich wollte kurz sagen. Ne, hier geht's weiter. Aber hier ist auch nichts mehr. Fuck you! Fuck you! Sofort springt er mich an! Aber ich war jetzt schon wieder geportet worden. Das ist irgendwie ein bisschen strange. Ich glaub, äh, helf mir. Okay. Danke. Ey, da musst du echt aufpassen. Also sobald die an dich... Oh Gott, ich dachte jetzt, ich wär tot. Nee, ich hab dich... Sobald die an dich rankommen, bist du echt fast down. Ich würde mich... Mich würde ja auch mal interessieren, wie ich meine Pflanze nehme. Kannst du, du kannst ja schon mal... Ziel mal ruhig schon auf den sonst. Ah. Oder willst du erst hier was reinpfeifen? Ja. Warte mal, ich geh in deine Nähe. Vielleicht heilen wir uns ja wieder so beide gegenseitig. Ich kann ja nicht mal durch die Gegenstände irgendwie skippen. Geht nicht? Warte mal, im Behälter lagern. Äh? Ah ja. Aber ich kann nicht durch die Gegenstände skippen. Du? Äh... Ja, doch mit der Mausrad wieder. Ah. Ah ja, okay, klar. Aber das erste Hilfespray kann ich trotzdem nicht nehmen. Und das Kraut könnte man... Warte mal, das Kraut kann man lagern. Das Kraut könnte ich im Behälter lagern. Das Kraut könnte ich im Behälter lagern. Genau, und dann muss man es irgendwie nehmen können. Okay. Munition kann ich auch nur wegwerfen. Sehr strange. Wir müssen hier... Also das... Oh, hell. Was hast du denn jetzt gemacht? Guck mal, was die macht. Ich darf mich nach hinten fallen. Bodyslam! Wie hast du das gemacht? Ähm... Mit... Äh... X. X? Ja. Geil. Wofür soll das gut sein? Vielleicht, um sich auf die Gegner zu... Okay. Ich schau mal jetzt, was hier abgeht, ja? Ah! Ich hab's jetzt genommen. Okay, wie? Ich hab auf eins gedrückt. Okay. Vorsicht. Ja. Ja... Ey, nicht gleich den Kopf verlieren. Oh, what the hell? Umso aggressiv sein muss, ne? Jetzt ist aber... Irgendwie die Steuerung ist jetzt grad auch schon wieder... Oh, Gott. Jetzt kann ich meine Waffe nicht mehr wechseln. Jetzt bin ich völlig verwirrt. Doch, mit dem Mausrad. Ah ja, da war ja was. Haha. Oh Mann, ey. Ich vergesse hier schon wieder sofort die Steuerung. Ihr werdet mich heben. Hauptsache, meine... Meine Waffe heißt Schwingen des Todes. Uh. Das klingt sexy. Vorsicht. Vorsicht. Was? Sag mir doch das doch was, ey. Ey, ich hab ihn voll geboxt. Schon wieder bist du down. Das ist echt krass. Ja, das... Das geht so schnell. Äh, der lebt übrigens noch, ne? Bestimmt, weil wir auch schwer sind. Ja, ja. Klar. Aber ich hab halt auch nur so ein... So ein halbes Schlagendes Herz. Hier ist wieder... So, Moment. Bei mir wird gar kein Herz angezeigt. Ihr seht nur den Puls halt. Hier ist noch Muni. Ja, und diese... Diese Dinger, da sind die Herzen. Diese... Ähm... Diese Kästchen, diese Viereckige. Okay, da hab ich auch nur noch eins von. Hm. Nicht gut. Okay, dann lass uns mal umschauen. Sonst war hier, glaub ich, nichts mehr. Nee. Im Behälter lagern. Okay, so. Das hab ich jetzt gelagert. Und jetzt... Was bringt das, wenn du das jetzt lagerst? Genau. Dann kannst du's nehmen. Guck mal, ich versteck mich hier. Bringt nur nichts. Kannst du jetzt eins nehmen. So, ach, hier liegt noch ne Fähigkeitspunkt. Was? Wieso für mich nicht? Vielleicht hat sie den schon aufgesammelt. Was kommt so an? So, dann wollen wir mal öffnen. Ich öffne keine Türen mehr hier in diesem Haus. Ganz ehrlich. Okay. Ist mir zu riskant. Oh mein Gott, da liegt wieder einer. Ach, der ist so ein... Obwohl, der Punkt zeigt nichts an. Naja, war aber klar, oder? Nee. Da ist jetzt nichts passiert mit dem. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen hier ne Pause. Dann können wir uns eh da noch so ein Softdrink reinballern. Yay, Softdrinks! Und... Oh Gott, da muss er nicht gleich da vollgegenrampeln, ey. Über den Zombie noch aufgeschaltet hat. Richtig gut. Wir können ja mal hier den hier machen, so auf das... Ah, wie schief. Ich dachte, wir sind hier bei Resident Evil, nicht bei WWE oder so. Oh man. Also jetzt bitte hier ein bisschen Konzentration. Ja, Konzentration beim nächsten Mal dann wieder bei Kati auf dem Kanal, wenn es heißt Let's Play Resident Evil 6. Bis dahin macht euch noch einen schönen Tag. Ciao. Ciao.